Wir Piraten verstehen uns als Robin Hood der Politik. Das bedeutet, wir wollen den Mächtigen Macht nehmen und sie an die Bürger zurückgeben. Und das geht zum Beispiel durch Bürgerbeteiligung, durch eine stärkere Beteiligung der Menschen an dem politischen Prozess. Und für mich ganz persönlich bedeutet das, ich möchte zum Beispiel als Abgeordneter ein System zur Einreichung von Vorschlägen einrichten, in dem nachlesbar ist, was aus dem Vorschlag passiert und was wir damit gemacht haben. So ein System nennen wir Piraten Open Antrag. Und ich möchte Entwurfstexte zum Beispiel im Gesetzesbereich, aber auch Entwürfe von parlamentarischen Anfragen, im Netz zur Diskussion und zur Mitarbeit auch bereitstellen, damit sich alle Menschen auch an der politischen Arbeit beteiligen können. Ich glaube in Schwarmintelligenz und freue mich auf ganz viele tolle Anregungen, die unsere politische Arbeit bereichern.